Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Commentary von Let's Play World of Tanks und hier mit dem 250 Gramm gruber Leberkäs, netter Nick an der Stelle, spielt seinen T49 für uns auf der Karte Heiliges Tal und hat es natürlich geschafft mit seinem Achter Scout ins 10er Matchmaking zu kommen. Aber damit muss man sich abfinden, das passiert natürlich öfters mal, jetzt bin ich gespannt für welchen Weg er sich entscheidet, das Ding ist ein sehr, ja wie soll ich sagen, spannender Panzer, ein sehr interessanter Panzer, es ist ein Scout mit einer brutalen Kanone, die wenn sie richtig trifft auch brutalen Schaden macht, aber es ist halt HI und dementsprechend kann es halt eine super geniale Runde sein und auch eine super beschissene Runde, die ich auch schon leider am eigenen Leib habe feststellen müssen. Und er hat übrigens dieses Let's Play oder dieses Replay passenderweise bezeichnet mit R in Jesus gave it, R in Jesus took it. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das zu verstehen und interpretieren ist am Ende der Runde. Er fährt auf jeden Fall, ui, wo ist denn die Mini-Map? Da ist ja die Mini-Map. Er fährt auf jeden Fall mal hier hoch, aber ist nicht so wie ich es jetzt erwartet hätte, dass er sich vorne hinstellt und da spottet, sondern... Bohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho das war heftig mit dem habe ich nicht wirklich gerechnet jetzt mal schauen der bz ist wahrscheinlich das nächste opferd auf dass er sich freut und da ist doch jetzt ein bisschen was auch gott wie schön aber jetzt steht jetzt steht die leiche im weg jetzt muss er aufpassen aber jetzt fahrt er zurück will rückwärts ranfahren da steht aber der t69 auch noch jetzt fahrt ihr auch dahin also ein schöner hit von der seite würde natürlich auch noch sensationell ihn wahrscheinlich freuen jetzt ist sie leider weg die lore das heißt er fahrt wieder dahinter wo er wahrscheinlich gerade den ersten schön hit hatte kommt aber nix jetzt kommt der t69 zu ihm ist natürlich immer eine doofe situation wenn es weiß ich den gleichen spot teilen wollen aber t60 fahrt jetzt mal weiter macht vielleicht auch die lore mal auf da ist es scheinbar auch nicht direkt deswegen jetzt mal weiter vorfahren wo sind sie denn das fahrt zurück richtung amx 13 90 der jetzt auf die art jakt geht und das fühlt sich keine berufen des objekt fadens auch zurück aber der 13 90 kann natürlich in der zeit vielleicht beide sogar weg holen wenn man nachgeladen hat wird unschön auf jeden fall mit vollspeed verder zurück da wird von objekt geholt fünf zu neun für den gegner aktuell ein aktuell noch sehr unschönes ergebnis aber 69 und da hinten ist der nächste tiger 2 gegen 100 der hat auch eher schlechte chancen man sieht bei der minimap der 113 erwarte zuletzt gespottet es kann natürlich sein dass der 113 jetzt mal richtung ihren 100 sich aufmacht dementsprechend bekommt er dann ist hack rein und da ist es auch schon und die lore ist da schön mit auto eben und dann noch so einen hit der schwede 977 schade schaden schade schade dass er nicht gekillt hat wollte wahrscheinlich sagen das hat er auch gleich nachgeladen der tiger hat jetzt den er in 100 weg geholt jetzt wird es spannender weil tiger von vorne das wird auf jeden fall ein größeres brett als gerade die lorraine und der t 71 beziehungsweise aber der wz er nicht definitiv nicht klar und auch hin zu 11 er dreht mal weiter seine runde ich finde den panzer wie gesagt dass ich persönlich muss sagen ich komme nicht so gut mit ihm klar aber das ist halt einfach jeder spielstil ist ein bisschen unterschiedlich er macht das clever und gut auto im rhein und sagt einmal mit vorne drauf und wieder weg er kommt ein bisschen langsam in pötte das finde ich so ein bisschen schade an dem er könnte meines achten schneller jetzt kriegt das doch kein hit dachte schon jetzt würde er den ersten hit im spiel bekommen aber den ersten schaden bekommt er vom teammate wäre ja auch sonst nix hier ohne mit vollem hp rumzufahren jetzt ist noch der jagdpanzer noch der andere für die beziehungsweise andere td im spiel beide unterschiedlichen parten und kartenenden zum zeitpunkt des bottens aber das kann natürlich sich jetzt auch ganz stark drehen und die artis also die artis sind natürlich gefundenes frühstück aber da erst mal jetzt auch hinkommen da ist die erste art die offen da ist die zweite art die offen die zweite art ist natürlich jetzt vom tendenz schöner aber er muss unheimlich lange aber jetzt kritischer treffer er macht sie nicht weg da macht er 900 schaden oder der t71 ist ein one shot aber dem macht er nicht weg krass war auch bisher im spiel der niedrigste schaden den er überhaupt gemacht hat selbst auf den tiger der mehr hp abgezogen also das ist wirklich bad luck so jetzt ist offen sie da ganz schön wenig der aber gut bisschen glücklich aber trotzdem sehr 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 gut glück gehört man sagt uns auch einfach zum spiel dazu und auch zu einer guten runde mal dazu so jetzt ist die frage wo ist der gb tiger der zweite natürlich gehe ich schon auf schon auf er geht nicht mehr auf da ist der jagdpanzer offen da bin ich ja gespannt was an denen jetzt für schaden machen wird ja 199 besser als nix da ist ja auch die art wieder offen jetzt hat er kurz sogar gebrannt der jagdpanzer da konnte der das objekt ihnen zu brennen bringen der t69 hat da wohl noch mal hit drauf gemacht leider jetzt im reload und vielleicht kriegt er den jetzt den kill weg geholt ja schön nice one so und jetzt ab richtung gewittiger jetzt ist noch nicht die frage aber fertig ist da hinten ideal ich glaube der gb tiger hat sich sogar da trocken lassen ist da jetzt runtergefahren das heißt hier ist er hat er nicht habe ich falsch gesehen jetzt schaut er nicht mal auf ihn jetzt kann er im schönen zack er schießt daneben haben ihn doch haben ihn doch 172 hätte ihn doch haben können aber gut er hat so viel zeit zum nachladen von dem er alles gut alles gut ja da ist die art weg und jetzt nur noch der für die für die konzentriert sich da wohl sehr auf das objekt das heißt er hat wohl auch alle zeit der welt auch noch auf den zu schießen steht da jetzt da steht ein bisschen uncool für ihn muss man leider sagen geht auch direkt auf auch das ist natürlich eine unschöne sitzsituation so ein bisschen warten jetzt ist er zumindest zu daneben geschossen das ist die frage kriegt er noch seinen krieger oder kriegt er denn nicht ich kenne übrigens einen witz apropos leberkäse fällt mir gerade ein kommt da kommt einer zum medzger und sagt ich hätte gern was von der groben fetten sagt der andere adi soll in der berufsschule ja gut der war schlecht schön aber das sind halt so witzig die kenne ich halt so sparwitze so jetzt noch einmal hit dann wäre es seiner können wer ist ihm auf jeden fall aber jetzt wird jetzt verpieselt er sich unglaublich weiter vor vor weiter vor nein ich glaube es schaut so aus als ob sich das objekt jetzt den letzten kill holen wird was leider schade ist weil er hätte meines abends definitiv die krieger verdient jetzt ist er offen objekt hat geschossen hat ihn nicht geholt da hat er jetzt auf jeden fall noch mal die möglichkeit jetzt will das wohl wissen fahrt auch direkt runter ich denke aber objekt könnte noch mal zum zug kommen da ist er offen Auto Auto eben nicht Ferdinand hat hier jetzt kann er jetzt kann Wie geht denn das wie kannst du das machen Er hätte doch ganze ganze zeit entspannt durchfahren können naja schade keine kriege aber trotzdem panzer ist das ist doch das wichtigste von dem her immer auch eine sehr sehr schöne runde Aron Jesus gave it in dem augenblick muss man es wohl sagen ich hoffe euch hat's gefallen bis zum nächsten mal Euer Alcaramba Euer Alcaramba Euer Alcaramba